Willkommen zu diesem Schulungsvideo über die Formatierung von Dashboards. Sie können die Übungsarbeitsmappe herunterladen und zum Nachverfolgen Ihre eigene Version von Tableau nutzen. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Ihr Dashboard für eine bessere Leseerfahrung übersichtlich gestalten können. Wir öffnen erneut unser interaktives Dashboard. Es verfügt über einen klaren Titel. Und der Regionenfilter und die Hervorhebung sind sinnvolle interaktive Funktionen. Aber jemand, der das Dashboard zum ersten Mal sieht, versteht vielleicht nicht gleich, wie es zu lesen ist. Wir werden Titel und Anweisungen hinzufügen, die dem Leser helfen. Eine der neuen Funktionen von Tableau 10 ist die Formatierung von Arbeitsmappen. Sie können jetzt die in der gesamten Arbeitsmappe verwendete Schriftart auf einmal ändern. Öffnen Sie im oberen Menüband Format und wählen Sie dann Arbeitsmappe. Unter Arbeitsmappe formatieren kann ich eine ansprechende Schriftart wählen. Etwa Arvo. Sie wird auf alle meine Textelemente angewendet. Wenn ich zum Beispiel einem redaktionellen Styleguide folgen muss, kann ich auch eine bestimmte Farbe wählen, etwa schwarz. Damit werden eventuelle frühere Änderungen an der Textfarbe automatisch aufgehoben, etwa die Hervorhebung der CO2-Emissionen. Spezifische Schriftarten, Größen oder Farben kann ich meinen Arbeitsmappen, Dashboard und Storytiteln zuordnen. Als nächstes werden wir unserem Dashboard Titel und Anweisungen hinzufügen. Ich benenne mein Liniendiagramm, damit es aussagekräftiger wird. Ich wähle es aus, klicke rechts oben auf den Pfeil, dann auf Titel. Jetzt doppelklicke ich auf meinen Titel, um ihn zu bearbeiten. Anschließend können wir den Titel des Regionenfilters verbessern. Um hervorzuheben, dass es sich um ein interaktives Dropdown-Menü handelt, ändere ich den Titel in Region vergrößern. Wir können auch ein Textfeld hinzufügen, in dem die Interaktion mit der Karte erklärt wird. Ich bringe ein Textobjekt unter meinen Titel und schreibe etwa Klicken Sie auf ein Land, damit dessen CO2-Emissionen pro Kopf im Liniendiagramm hervorgehoben werden. Steuerung plus Klick, um mehrere Länder auszuwählen. Gelegentlich sorgt auch eine leere Fläche zwischen Elementen für eine bessere Übersichtlichkeit. Dafür muss ich einfach ein leeres Objekt in mein Dashboard ziehen, etwa zwischen Karte und Liniendiagramm. Zum Abschluss eine bewährte Verfahrensweise. Wir empfehlen, immer auf Ihre Quellen zu verweisen. Dazu fügen Sie ein Textfeld unter Ihrem Dashboard mit einem Link zu Ihren Daten hinzu. In diesem Fall stammen die Daten von der Weltbank. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video über das Erstellen von Diagrammen angesehen haben. Wir empfehlen, mit dem Video Storys erstellen vorzufahren.